hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von bussimulator 21 next stop aktuell mein lieblingsspiel ich bin hier ganz schön viel unterwegs in der letzten folge habe ich die 25 leute hier zu den ganzen was auch immer haltestellen gebracht habe jetzt hier schon denali research ist schon level 3 das ging natürlich richtig schnell ja millbrook tut sich ein bisschen schwer aber das ist auch ein kleines ding sie hier das wirklich schwierig hier noch was zum ausbauen zack ist auch schon level 2 ist aber nicht so schlecht tatsächlich so copper pot ist auch wieder nur ein paar haltestellen da kommt man auch nicht groß mit um die ecke und greenwood neuer ja da haben wir schon ein oder andere heiße sache mit da drin irgendwann müssen wir die die noch gar nicht verbunden sind glaube ich auch mal miteinander verbinden also die haltestellen die so gar nicht ausgebaut sind nun gut heute müssen wir aber was neues machen und zwar die stadtteile denali research gold island und kojote busch also gut allen hier kojote busch hier und den research hier das heißt das wird eine schnellroute werden und dann nennen wir das auch so jetzt müssen wir mal gucken wie kriegen wir dahin also wir starten mal hier und so gold island tourist center das ist ein bisschen schwierig so da musste hier einmal um den ganzen pudding rum fährt dann hier hoch wir können ja beide nehmen warte mal eben immer ganz kurz zu ende lesen die für 350 fahrgäste von zum stadtteil kürte busch für 350 karte gold island kaufe einen neuen elektrobus gut also hier diese beiden haben war dann fährst du hier direkt vielleicht auf der schnellspur mal gucken wie können wir denn dahin denali ja genau kürte busch müssen wir auch versorgen dann hierhin zack so und dann hier die ganze schnell autobahn nach kürte busch und das haben wir hier so sehr gut hier die haltestelle können wir auch mal mitnehmen warum auch nicht und dann hier wieder zurück nach gold island das ist nicht ganz ausgeglichen wie ich gerade sehe aber das ist okay vielleicht können wir ja hier noch diesen punkten mitnehmen und als fünf markieren ja warum nicht kurz gucken ob wir sonst noch was haben auf dem weg liegt da leider nichts grünes mehr ja ist dann so ist leider nicht ganz ausgeglichene route aber ehrlich gesagt habt ihr eigentlich verstanden was das bedeutet hier nicht so wirklich oder änderungen übernehmen nein so ich sag mal so für diese route würde ich wieder so einen größeren schnellbus nehmen dafür reisen wir mal hierhin ja machen das was da ist schon stand kaufe einen neuen elektrobus so gucken wir doch mal motortyp elektro elektro haben wir noch nicht so richtig viele hier werden noch den elektrik hier aber jetzt mal ehrlich ich meine warum sollten wir jetzt nicht den citarren nehmen kauf einen neuen elektrobus der wir halt schön hier 18 meter articulated ebus beziehungsweise der ec taro geht den würde ich eigentlich gerne haben wollen aber den können wir uns nicht leisten oder der ist gesperrt zwölf meter ebus wenn die kosten alle das gleiche ich glaube es gibt einen schiff in dem spiel das heißt alle zwei achsen drei türen ich mache das tatsächlich mittlerweile wie ein echter busfahrer ich steige halt vorne ein und aus dann geht das irgendwie okay dafür dass der so elektro ist der war echt komische geräusche wir nehmen trotzdem mal so für 300.000 kauf einen elektrobus steigen wir mal aus und sehen mal an ja schön ist anders gerade vorne vielleicht macht das die lackierung ich weiß es nicht genau wir gucken uns die mal in der garage an fahrzeuge wechseln so wo ist er denn nun hier wie die die passen wir erstmal unseren farben an würde ich sagen ach du heilige bim bam ok akzentfarbe hauptfarbe hauptfarbe 1 akzentfarbe hauptfarbe jetzt sind die gesperrt die farben macht das lustig ne dann brechen wir das mal ab so und machen es nochmal weil das mit dem rot von nicht machen schon mit dem blau von nicht am schönsten hauptfarbe alles mal so machen wir das mal so und da gucken wir mal nach einer werbung spring of perfection oder machen wir mal den wog wir machen das was wir machen ich finde das gut innenausstattung können wir uns auch mal angucken nehmen wir mal die nicht gut änderung übernehmen konfiguration so das ist jetzt welcher den bjd ja ist jetzt schon ein bisschen schöner ist jetzt schon ein bisschen schöner tatsächlich und den würden wir sagen wenn wir jetzt mal der route 21 das ist natürlich auch wieder ein bisschen warte mal da müssen wir nochmal da müssen wir nochmal ran hier route konfigurieren ähm gold island denali kojote kojote so eigentlich müssten wir die ids machen warte mal ist kann man das machen es für schnell s21 genau so sollte das sein weil das ein schneller ist so änderung übernehmen nach sehr gut guck mal so haben wir das jetzt 50 fahrgäste vom zum stadtteil kojote und 50 ich würde sagen wir fahren die einfach mal oder haben wir so ein bus ja natürlich noch ein bus zu weisen und zwar nehmen wir dann natürlich unseren fahrzeugauslastung wir haben tatsächlich den jetzt hier nur oder oder den jetzt hier noch warum warum ist der nicht lackiert ganz kurz in die garage hier gehen fahrzeuge wechseln das waren immer end oder das ist der hier der ist auch schon so markiert okay dann müssen wir nochmal in die garage das waren immer end oder gute 10 ja der ist greenwood fährt er irgendwo hin der ist auch nicht so richtig gedingst naja gut ich glaube das lassen wir dann mal dann haben wir noch einen fahrzeugauslastung der noch nicht ist dann können wir den mal mit da reinsetzen so gut und dann würde ich sagen nach dieser ganzen klickerei fahren wir das ganze Zeugs auch mal starten wir mal hier bitte Türen schließen wow das ist echt übel was ist denn jetzt das problem die Tür ist auf die Tür ist auch auf okay so jetzt aber so das haben wir hier schon durchs grüne durchs Gemüse quasi da überholt uns unser eigener Bus das ist bedauerlich Sunshine Retreat was ist das hier schon oh äh das klicken wir mal weg tatsächlich steigt hier einer ein ich finde es irgendwie uncool dass man hier so sitzt als würde man irgendwie auf einem Sofasessel sitzen laut Fahrplan bist du zu früh wenn du was mehr als fünf Minuten oder was zu früh bist dann bist du außerplanmäßig naja gut was sollen wir eben machen wir können natürlich jetzt irgendwo warten aber es ist halt auch blöd oder also dieses dein Ernst jetzt oh wow das ist ja der schlechteste Bus den ich je gehabt habe hier was ist denn das Quatsch Kajodi vor Schnuppen Endstation bitte alle aussteigen 3 3 Knöpfe 4 Knöpfe für 3 Türen das ist natürlich interessant also eigentlich gab es hier diesen Z-Knopf und der Z-Knopf war eigentlich gedacht für Geschwindigkeitssache ne aber irgendwie wow wow ich weiß nicht was Z-Knopf macht also das macht halt irgendwas das schaltet irgendwas ein und aus aber ich verstehe nicht genau was oh dieser Bus ist furchtbar der klingt auch so ein bisschen wie so ein Zahnarztbohrer oder furchtbar so dann machen wir mal was wir halt immer machen wir fragen mal nach der Fahrkarte der hat keine oder ich hätte gedacht der hat sich so komisch habt ihr gesehen ein bisschen komisch bewegt also lauter machen ja finde ich manchmal eine gute Idee weil diese ganzen zum Beispiel diese ganzen kleinen E-Roller die hört man wirklich nicht also wenn man die halt nicht hört dann kann man eben auch nicht ausweichen das finde ich mitunter schwierig das hat mich dann nicht betroffen aber ich kann mir vorstellen dass es schwierig sein könnte genau so und ähm bei so einem Bus oh Gott ist das furchtbar ich finde der sollte jetzt auch tot sein ok könnt ihr euch jetzt mal beruhigen krass sie sind jetzt einfach mal kräftig vors Fahrrad äh vors Fahrrad gelaufen vor dem Bus gelaufen Mann wie gemein Mann wie gemein so jetzt haben wir vier Minuten irgendwas können wir natürlich ein bisschen langsamer fahren ein bisschen hier die schöne Landschaft genießen wobei wir hier noch gar nicht lang gefahren sind das ist quasi das erste Mal dass wir das tun ich finde die Anzeige ist auch ich sag jetzt mal nach ein paar Folgen spielen jetzt nicht die beste ich meine vier Minuten dreißig haben wir jetzt Zeit zum Northgate Avenue zu kommen aber ich kann ja gar nicht sagen ob wir jetzt also wie weit sind wir da wirklich jetzt weg sind wir da schnell unterwegs oder nicht schwierig kriegt man vielleicht mit der Zeit ein Gefühl dafür wenn der Bus ein paar Mal gefahren ist und ein paar Runden gedreht hat dann weiß man wahrscheinlich unten was da auf den Zug kommt naja gut ist halt so leben sie bitte damit er macht ja noch ein Schlagloch bitteschön da hat noch ein Schlagloch mit noch die Autobahn das wird doch sofort von der Autobahnmeisterei ausgewechselt also ausgespachtelt oder so übrigens glaube ich dass diese Linien hier diese Straßenbahnlinien gar nicht neu sind sondern dass ich das nur einfach freigeschaltet habe genau oh sorry nicht reagiert zugehört gerne gerne und dass man halt irgendwann Straßenbahn fahren kann Technical University ein Fahrgast hört sehr laute Musik dann müssen wir mal eben anhalten wenn man hier durchkommt ja ich will auch so eine Karriere bei All Directions in alle Richtungen bitte einmal fahren danke so jetzt haben wir uns ein bisschen Zeit totgeschlagen wir wollen jetzt hier nicht außerplanmäßig fahren oh ist das furchtbar Perfekte alte Position Möchte der Mann da vielleicht einen raussteigen auch schön dieser Soundbank warte mal eben ist das jetzt dein Ernst oh Gott Ernsthaft jetzt oh Gott sorry aber das ging jetzt gar nicht naja gut dann müssen wir den noch auf dem Vorn anfangen unglaublich da die letzte Erweiterung des Schreckennetzes so gut funktioniert hat haben Ted und ich eine Idee und einen Vorschlag wir arbeiten derzeit gemeinsam an einem Umweltforschungsprojekt für das die Wissenschaftler von Denali Research Bodenproben von Gold Island und Coyote Bush entnehmen müssen die Unterstützung der Umweltforschung durch eine öffentliche Verkehrsanbindung wäre sicherlich gut für den Ruf des Unternehmens oh und der Einsatz von emissionsarme Elektrobussen wäre noch besser hier ist es toll ich liebe den Blick auf den Damm vielleicht wandere ich sogar eines Tages mal hier rauf ja das werde ich ganz bestimmt das hier sollte für viel mehr Leute zugänglich gemacht werden für mein Team wäre es auch gut wenn es eine schnelle Anbindung hierher gäbe das würde unsere Prozesse um etwa 43% beschleunigen so ich habe hier mal noch einen dazu gepackt dann haben wir hier einfach ein paar mehr für hier Coyote Bush bei Gold Island hat das ja schon funktioniert aber Coyote Bush mit 4 von 50 da sind wir ja Ewigkeiten vom zum Standteil Coyote Bush gut da könnte man natürlich dann irgendwann nochmal die andere Route hier nehmen diese kleine welche war denn das nochmal da müsste man dann nochmal raus und rein zoomen die sind halt auch alle nicht so richtig gut benannt Schnellbus hier den zum Beispiel können wir mal umändern in S Millbrook aber von wo kommst denn du anwenden ähm du kommst von Highlander Park ne du fährst einmal quer durch die ganze City oder Millbrook Highlander Park ja tatsächlich naja gut ähm wo waren wir denn jetzt stehen geblieben wir wollten jetzt Leute nach Coyote Bush transportieren beziehungsweise diesen nochmal fahren aber vielleicht fahren wir den jetzt mal wirklich mit einem mit dem anderen Bus warte mal oi 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 es ist jetzt 10 Uhr 12 warten wir mal bis 14 Uhr da könnten wir mit dem anderen fahren oi 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 das ist richtig schwierig 10 Uhr 12 ne 14 Uhr 12 ne man 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 Zeitsprung abgeschlossen hervorragend so das heißt jetzt können wir theoretisch fahren und genau mit dem zweiten Bus noch fahren also der Zahnarztbus der ist ja richtig ähm ja ich äh ja ich weiß jetzt auch nicht ganz genau wo ich bin mich hängt vielleicht hier oben in dem Ding fest fährst du schon oder puh okay lassen wir sie mal ein bisschen vorfahren das ist uns vielleicht ein bisschen schwierig so Bom mach auf hallo Bus keine Bange ich kümmere mich gut um dich du kommst mit oder fährst du selbst ja ja ich fahre selbst meine Güte so danke der ist mich durch das ist natürlich schön ach guck mal wie schön der ist der fährt viel schneller vor allem wird er viel ruhiger oh ne halt so hei hei so hier haben wir auch schon ein paar schöne Erlebnisse gehabt genau diese nämlich Gold Island Tourist Center Moment da sind wir aber hier völlig falsch fahren wir mal eben weiter seit ich den Bus nehme brauche ich mir keine Gedanken mehr um Parkplätze zu machen das klingt toll aber immerhin haben wir schon mal eine leichte Verspätung das ist schon mal hilfreich weil der jetzt hier ein bisschen größer ist als der von gerade als bisschen länger naja aber wir kriegen das ganz souverän hin so ist ja die Frage ob jetzt hier die wenn man hier auf Gold Island rumfahren würde ob das dann auch zählt oder ob das wirklich nur in dieser Route dann jetzt hier zählt und hier wollen Leute Seniorentickets oh äh oh äh ich dachte dass wir Trinkgeld sorry Wochenkarte 1 Euro jetzt zurück was haben wir jetzt geschafft Fahrgäste nach Kyoto genau jetzt fehlt ja noch Kyoto Bush okay alles klar ja das ist dann wieder sowas was ich dann quasi alleine mache ja wo ihr nicht unbedingt mitgucken müsst oder wollt oder braucht und dann sehen wir uns in der nächsten Folge einfach wieder von Bussimulator 21 und dann wünsche ich euch bis dahin dass ihr keine langweiligen langsamen Busse vor euch habt wenn ihr mit dem Straßenverkehr mit dem öffentlichen Straßenverkehr unterwegs seid in diesem Sinne habe die Ehre bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen